so okay geht's dann da hoch continue okay so da um noch ein hagen war ein bisschen zu nah am rand so eklig noch ein gehirn sagen wenn wir gegen jede kämpfen dass die schauheit herum liegt das war jetzt ich hab ja genug habe 100 prozent also ist ja nicht so richtig aber munition hat unten gebrauchen finde ich ja munition ist gebrauchen ach ja kann ich eh nicht hab eh keine zeit glaube ich oder ja geht's darin ja es sei man macht so gut wie ich ja man das nicht hinkriegt dann passiert mir so war es ja das ist dann dort passiert dann auch mal hoch hey verarsch mich nicht so haben wir hoch dann noch mal das ganze ja noch noch ein bisschen aufsammeln naja nur halte bis jetzt beim nächsten mal besser machen naja gut ob ich gleich den ganz cooler brauche weiß ich nicht aber komm her ja warum nicht kalt aber stimmt nicht so ok man für 80 prozent ja so ok wieder gehe ich mein gehirn aufwägen gehirn abwägen mann so ja ab in den abgrund das war jetzt scheiße kann ich mein Leben nochmal holen ich will ja auch nochmal da sein ne ich glaube dann mach ich am besten so ok mann dann nur mal da hoch ach 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 was ist das denn ach was ist das denn okay das haben wir wieder geholt naja gut egal Hauptsache der Anzug ist unten und wir sind oben wir haben das Leben wieder geholt was wir eben verloren haben das ist das ist gut ja bei solchen Stellen das ist natürlich besser wenn du ein Continue hast gehen einfach kurz zurück holst das Leben zurück und kannst du nochmal probieren ohne dass du es verloren hast aus der Munition Achso. Haben wir ein bisschen Milizierung verloren halt logischerweise. Ist schon alle drum aber nun ja. So. Lass bisschen Milizierung nameln. Ist immer gut. So. Na ja. So. Hol hier nochmal. Ah. Leben wieder in den ganzen Dingern wieder weg. Wieder da. Ach. So. Kommt einer? Ne. Achja. Ne. So wird das einfach trotzdem nix. Wenn man sich halt ein bisschen so blöd anstellt. Ja. Dann passiert mich das. Wenn man sich einfach ein bisschen zu blöd anstellt. Wissen wir mal so. So. Oh. Jetzt hab ich ihn erwischt. Diese Milizierung. So. So. Norma das Ganze. Warten bis der Anzug mal ankommt. Äh ankommen. In Backvölschwunden. Anzug... Anzug... In Backvölschwunden. Ein paar verrede ich mal herkomme. So. So. er ist weg, ja, der ist weg und das Gehirn liegt auch noch rum, Gehirn, Gehirn, ein Gehirn abzugeben. Hätte ich mal sein Gehirn verloren, bitte an der, bitte an der Katze abholen. Ja, so. Hat sich das jetzt gelohnt? Ich weiß es nicht, aber habe ich auch immer alles abgefrühstückt. Nein, kaputt, du Misti. Danke. So, okay. Muss ich jetzt hier hoch. Prrrr. So, 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 hier. Okay. Dann haken, dann muss ich wahrscheinlich mit Gewalt darüber springen. Dann wird ich den erwischen und dann rüber weg. So gehört sich das. 100, 100. Ah, ich finde, ich finde, ich finde, dass man da kein weiteres Leben sammeln kann, wenn man halt mehr hat als 100. So, bei uns 100% oder so, wenn man ein Leben dazu kriegt. Das wäre dann fair. Und ich würde aber zu schnell wahrscheinlich dann ein neues Leben vollkriegen. Oh. Prrrr, so. Weiter. Ah, komm schon. Naja, brauche ich nicht, aber schalte ich auch nicht. Jetzt brauche ich ihn. Ja, das war jetzt ganz clever. Einfach da stehen bleiben, wo halt die ganzen Sachen explodieren. Ja, super. Na, kann man noch mehr holen? Na, aber nicht so. Warte mal. Äh. Na, so auch nicht. Na, komm ich nicht dran. Lass ich sein. Was soll das denn? Was soll das denn eigentlich für'n Affe? Was macht der? So. Ach da, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein laufendes Deal. Noch ein Gän abzugeben. Oh, Munition ist knapp. Meine Munition ist knapp. Die Dinger kaputt machen. So, hier geht's weiter. Oh. Energie ist auch fast alle. Puh. So. Also, jetzt bin ich ein Affe. Wo ist der jetzt hin? Munition ist auch alle? Fast. Also, viel halt ich nicht mehr aus. Woh. Woh. So, jetzt bin ich ja. Woh. 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 Naja, was hat er jetzt ein bisschen Militärs gebracht, ne? Und ich war auch nicht viel. So, hier kommen sie runter, runter, continue. So, jetzt muss ich unser Leben weg, was wir holen können. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Hier durch sind. Puh, ganz schön lang dieses Level kann das sein. Kommt mir so vor. Oh, was das? Oh, komm hier. Scheiße. Oh, ist weggekommen. So, hier runter. Nein. So. Ah, Scheiße. Nein, nur mit was. Nichts. Puh. War mir erwischt. Mal gucken, was ich jetzt erwartet. Äh, was ist das hier? Hilfe! Äh, was ist das? Geht doch zu nahe. Komm mal zu nahe. Oh, komm. Ich kann mich... Ich kann mich nicht... Also, ich fülle dann irgendwie runter und dann muss ich sie dann noch besiegen oder was? Ich kann mich nicht auf, wenn ich... Oh, Hilfe, ey! Ich tapp' ich ja nicht mal! Mann, Mann, Mann! Was muss ich hier überhaupt machen? Irgendeine Bombe locken, oder was? Oh, ich... Ich kann nur irgendwie nicht wirklich steuern. Mann, Mann, endlich erwischt! Huh! Ja, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben ihn gesiegt! Ja, huh! Das war ganz schön ein anstrengender Bosskampf! Der war richtig schwer, aber... Ja, wir haben es geschafft! Daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal!